Zucker Junkies, Folge 286. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zucker Junkies da draußen. Heute wurde ich mal, na was heißt heute, das ist auch schon ein bisschen her, vom Sandys Diabetes Loop wurde ich mal interviewt. Da war ich geschäftlich in Nürnberg unterwegs und habe einen Podcast aufgenommen für Novartis, verlinke ich mal in den Shownotes für die, die es interessiert. Dann ging es ums diabetische Makula-Ödem. Dann habe ich einfach über Instagram gebraucht, ich bin hier in Nürnberg, wer hat Bock, wer hat Zeit? Dann meldet sich der Sandy und dann sagt, komm, lass treffen. Was macht der Schlingel? Dann macht er doch glatt so ein Spontan-Interview mit mir und das will ich euch nicht vorenthalten. Ich mache natürlich den Link zu den YouTube-Videos in die Shownotes, aber ansonsten kriegt ihr das jetzt einfach auf die Ohren. Viel Spaß. Hallo, ich begrüße euch zu Sandys Diabetes Loop. Heute habe ich einen absolut besonderen Gast. Der eine oder andere kennt ihn bestimmt schon. Das ist unser Sascha Schworm von den Zucker Junkies. Und ich habe das große Glück, dass er in Nürnberg ist und habe mir jetzt Zeit genommen, Ihnen mal kurz ein paar Fragen zu stellen. Erstmal hallo Sascha. Servus, freut mich sehr. Das Klatschen hat mich jetzt sehr irritiert. Ihr wisst jetzt nicht, was ich da sage, weil ihr werdet es ja eh nicht sehen. Aber es ist gut. Ja, Sascha, zum Ersten natürlich, was treibt die Nürnberg? Ich habe die schöne und große Ehre, morgen quasi einen Podcast zu machen für einen größeren Konzern um das Thema Auge. So viel darf ich sagen. Ist es dann für deinen Kanal? Nein, das ist nicht für meinen Kanal. Ich darf ihn natürlich über meinen Kanal publizieren. Aber im Endeffekt produziere ich den jetzt quasi für ein Unternehmen. Ah ja, cool. Ich habe dann eigentlich vor allem, deswegen wollte ich ihn fragen, was es ist, weil er loopt ja. Also er ist ja einer von uns im Moment oder hoffentlich bleibt das auch weiterhin. Er nutzt auch den Android-APS-Loop. Seit wann loopst du eigentlich? Also Lupen, Openloop hatte ich ja 2018, glaube ich, oder 2017, ja irgendwie so. Und richtig, so mit 2019 habe ich angefangen mit der Dana-RS, genau, und dann Android-APS. War das für dich ein Problem, diesen Loop zu erstellen oder zu bauen? Nee, aber die blöden Fragen zu beantworten. Also Moment, das müsste ich jetzt gleich mal revidieren. Also das sind keine blöden Fragen, das sind die Ziele. Und die Ziele finde ich nach wie vor sehr wichtig. Ja, also das ist, ihr wisst, wer meinen Podcast kennt, weiß, wie ich Quatsch. Und es ist wichtig, weil du lernst, die wollen ja nicht, dass du wie ein Idiot auf diesem Ding rumhackst und nachher sagst, scheiß Loop, ein blödes Android-APS, sondern du sollst schon wissen, was du da tust. Und du merkst halt aufgrund dieser Fragen, jetzt muss ich aber echt ganz genau sein. Und dann musst du nachlesen. Und genau das wollen sie ja. Und dann geht so viel Zeit ins Land und du willst aber loopen. Das war schon sehr nervig, ja. Okay, ich gebe zu, Geduld brauchte am Anfang, ja. Aber rein fürs Erstellen oder so hast du keine großen Schwierigkeiten gehabt? Nee, aber ich habe halt entsprechend so mit Android Studios und so und Zeug, also kannte ich schon Berührungspunkte. Aber ich musste trotzdem auch ein bisschen gucken, ja. Und liebe Caro, deinen Satz habe ich jetzt im Kopf. Read the fucking manual. Und das ist es auch, ja. Du musst einfach dieses Handbuch lesen. Also hier gehen erstmal ganz, ganz liebe Grüße an die Caro raus. Also das können wir auf jeden Fall machen, weil das Video von ihr, das kann ich euch verlinken, das habe ich ja auch schon gemacht, wegen dem Loop und der ganzen Geschichte. Also ganz liebe Grüße von ihr. Dann die Frage ist natürlich, was war die größte Herausforderung am Anfang? Die größte Herausforderung, sich darauf einfach zurücklehnen und sagen, einfach mal machen lassen. Nicht immer drin rumfummeln und denken, du bist besser als der Loop. Wenn du Loop gut eingestellt hast, wenn du deine Werte einigermaßen im Griff hast. Also ich sage immer, meine Basalrate war einfach gut. Deswegen wusste ich, die sitzt. Und meine Korrekturfaktoren, okay, die habe ich immer ein bisschen mehr angepasst. Mein Gott, ich habe mich zurückgelehnt. Aber da musste ich auch mich entspannen. Mittlerweile ist es so, wenn ich sehe, ich habe irgendwie einen Wert Richtung 60, mache ich schon gar nichts mehr. Weil ich sage, ja, Loop hier hat alles im Griff, läuft schon wieder. Und das stimmt dann auch, ja. Also ihr seht nach wie vor, der Loop, das ist ein tolles Werkzeug. Also mittlerweile muss ich sagen, das ist ein Werkzeug, finde ich. Aber je besser wir das einstellen, je besser wir das nutzen, umso besser finde ich es einfach auch vom Handling her. Mir geht es mittlerweile auch schon so, dass ich wirklich wenig drin rumfuhlwerke. Ich schaue, was er treibt. Und ja gut, manchmal muss ich ein bisschen mehr Basal geben. Aber ihr wisst ja, ich bin einer von diesen Hochinsulinverbrauchern. Also 200 Einheiten am Tag gehen auch manchmal. Und von dem her ist es halt leider manchmal so. Ja, ist so. Okay, dir gebe ich nie meine Insulin, echt. Ja, vergiss es. Warum? Ja, da habe ich ja nichts mehr. Einen Schluck und weg. Das ist ja krass. Ja, das ist leider bei mir so. Du machst ja einen Podcast. Seit wann machst du deinen Podcast eigentlich? Den mache ich jetzt seit November 2017. Und wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Also die Idee, ein Freund von mir ist eigentlich schuld. Das Gefühl kam eigentlich 2015 auf. Da wollte ich mehr machen. Also ich habe immer kleine Triathlons gemacht, so olympische Distanz. Und ich wollte aber unbedingt Ironman. Das war so mein großes Ziel. Ironman habe ich bis heute übrigens noch nicht auf die Kette gekriegt. So, dann wusste ich aber, okay, als Diabetiker Ironman wird schwierig. Glaube ich nicht, dass das geht. Also selbst ich hatte Glaubenssätze und habe schon Triathlon gemacht und dachte, das geht nicht. Habe gesagt, naja, das kann jetzt auch nicht irgendwie sein. Also suchen. Habe ich die Rebecca Vondermann gefunden, liebe Grüße. Und angeschrieben und sie hat mir dann Mut gemacht. Und sie hat aber gleich gesagt, geh bitte auf die Halbdistanz, also die halbe Distanz vom Ironman, bevor du dich gleich kaputt machst. Und sie hat mir aber gesagt, sie hat als Diabetiker die komplette Volldistanz beim Ironman auf Hawaii gemacht. war die viert schnellste inklusiv Profis. Und sie ist ja kein Profi gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, unter den Frauen würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat sie mir natürlich den magischen Satz mitgegeben. Und ich sage, okay, wenn das ein Diabetiker schafft, ein Ironman, was bitteschön, sollen wir Diabetiker nicht machen können? Und das war 2015. Ich habe den dann auch gemacht. Das ist nicht ein Ironman, sondern den halben Ironman. Habe ich es auch irgendwie überlebt. Und dieses Gefühl ging dann mit bis 2017. Und dann hat mich ein Freund von der Seite angequatscht, weil ich ihn von der Seite angequatscht habe, weil er ein E-Book hätte schreiben sollen über Poolwasser. Frag nicht warum. Und er hat mich dann zurück angequatscht. Ja, mach du doch was mit deinem Zuckerkram. Und so ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich nur einen Diabetiker in die Richtung bringe, dass der sagt, ey, pfeif drauf, ich mache das einfach. Ich lerne einfach, mein Diabetes so zu kontrollieren, dass ich diesen Sport oder auf den Berg hochkrabbeln oder Apnoe tauche, was weiß ich. Und wenn ich das schaffe, nur einen, dann hat der ganze Podcast sich sowieso schon gelohnt. Ja, das ist genau das Ziel meinerseits auch, dass man sagt, okay, einer, wenn es schafft, den Loop zu bauen und zu nutzen, hat man sein Ziel schon erreicht. Und ich denke, das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Gerade diese Geschichte, dass man sagt, man schafft mit unserer Arbeit, also mit deiner und meiner Arbeit, einfach was zu leisten. Ihr seht, also er ist der Sportlichere von uns, ich bin der Dickere, es wäre dann wie dick und doof in dem Fall einfach. Nein, du kannst nicht. Okay, komm, du lädst mich ja ein, dann lasse ich das mal durch. Falls du Insulin bräuchtest, ich habe dann keins dabei. Okay, ich habe verstanden. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht der Sportliche, ich gehe natürlich auch täglich meine 10.000 Schritte auf der Arbeit und so, aber weder den Ironman noch irgendwas in der Art habe ich angepeilt. Ist einfach nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Jetzt die nächste Frage. Wie du mit dem Lupen angefangen hast, um zum Lupen nochmal zurückzukommen, welche Einstellungen haben die eigentlich am meisten Schwierigkeiten gemacht? Alle? Welche Einstellungen haben wir am meisten? Welche Abkürzungen, also mir ging es ja so, wie ich das damals angefangen habe, ich muss das mal lernen, was ISF... Ja, 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 genau, diese Dinger, also die verwirren mich auch noch heute, also ich müsste wahrscheinlich schon wieder nachlesen, aber ist halt eingestellt und das lasse ich jetzt, aber das genau, das waren, weil ich halt natürlich in meiner einfach BE-Welt war, ja, dann Korrekturfaktor und BE-Faktor, mehr war ja nicht, ne? Und dann kam dann dieses Insulin-Kohlenhydrate-Verhältnis, bla 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 und dann, da musste ich echt, da musste ich richtig hirnen. Ja, also das war dann schon, aber gut, ey, es gibt Internet und read the fucking manual, Caro. Oder meine Videos mittlerweile, da habe ich schon ganz viel erklärt, also da ist auch schon ganz viel dabei. Genau, und das ist echt wichtig, ja, genau deswegen, das ist eine Abkürzung übrigens, Videos angucken, weil ab und zu liest du es und verreckst einfach, weil du nicht kapierst, was wollen die von dir und dann musst du halt auch mal andere Quellen nehmen und dann eben deine Videos, ja, wo man sagt, okay, dann schaue ich es mir da einfach an. Ja, bitteschön, einfacher geht es nicht mehr. Denke ich zumindest, denke ich zumindest. Lass mal einen Kommentar, ob es einfach ist. Genau, lass mal einen Kommentar da, ob es einfach ist oder nicht oder wenn du noch irgendwas Besonderes dazu haben wollt, ihr könnt es gerne immer runter reinschreiben, ich versuche jedes Thema aufzugreifen, was um den Bereich Loop geht oder auch andere Sachen, ihr seht ja, heute ist mal wieder ein tolles Interview und deswegen macht es das auf jeden Fall. Wie viele CGMs hast du eigentlich schon ausprobiert oder welche CGMs hast du schon ausprobiert in der Zeit? Dürfen, das ist ja nett, also an meinen Körper lasse ich nicht so wirklich viel ran. Ich habe den Libre 1, war mein erstes und dann bin ich schon auf den Dexcom G6 gewechselt, ja. Ja, genau. Und Libre 1 war auch noch abenteuerlich, weil ich habe dem Ding ja von Anfang an nicht vertraut, weil ich war ja ein Blutigmesser, ja, ein Blutigmesser, das klingt ja auch so. Und ich habe immer beides gemacht, weißt du, ich habe trainiert und habe immer blutig gemessen und immer gesagt, das stimmt ja nicht, was das FGM da hier bringt von Libre, das ist ungenau. Und bin einfach total dumm. Und dann saß ich bei meinem Diabetologen, ich bin echt so froh, ja, die Grüße an mein ganzes Team, ihr seid echt die Geilsten. Weißt du, der hat gesagt, du musst dich mal entscheiden, blutig oder Gewebe. Aber das geht nicht beides. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch scheiße. Und dann hat er mich gecashed, wie man es halt macht. Er hat gesagt, pass mal auf, es gibt Profisportler, die machen alles nur mit dem Sensor. Und danach hat er mich gecashed und habe gesagt, alles klar, kapiert. Und danach habe ich nie wieder blutig gegen gemessen. Außer ich hatte irgendwie einen komischen Wert, wo ich gesagt habe, da sagt mein Körper was anderes. Aber das war mein erstes Aha-Erlebnis mit dem Libre-Sensor, dass ich einfach gedacht habe, der spinnt. Aber dabei war ich einfach nur doof. Okay, nein, das ist ja nett. Also auch wenn du es vorhin gesagt hast, das ist ja definitiv nicht klein. Möchte ich ja definitiv preventieren. Das schneidest du wahrscheinlich raus, ne? Nö, das lasse ich drin. Das lasse ich drin. 100% hinstehe dazu. Du bist ja ursprünglich auch von den Pens gekommen, vermute ich mal. Oder hast du sogar noch mit der Spritze aufgezogen wie ich? Ne. Also riesen Respekt davor. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich gleich bei den Pennern war. Aber ich höre das immer wieder und ich muss echt sagen, also uns geht es ja eh, in Deutschland sowieso, mega geil. Also wir haben echt den Finger im goldenen Loch, aber ganz tief drin. Und ich fand die Pens schon cool. Und dann höre ich eben die Storys immer so, irgendwas auskochen. Da denke ich so, boah, bin ich rechtzeitig Diabetiker geworden noch? Oder nee, eigentlich was heißt glücklicherweise später, keine Ahnung. Aber da muss ich sagen, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Guck, da kommt er wieder. Ja, ich bin ja auch der Doof. Ja, also ich habe mit Pennern angefangen und muss ich auch sagen, war sehr gut eingestellt mit Pens. Also ich war definitiv, also ich war, also war immer gut eingestellt. Also ich war nie schlecht eingestellt. Muss auch sagen, eben geiles Team. Ich glaube, das macht viel aus. Und hat lange gebraucht, bis ich dann mich für eine Pumpe entschieden habe. Die haben echt fighten müssen, dass ich überhaupt Bock hatte auf eine Pumpe, ja. Okay, also bei mir war es auch so, ich habe ein bisschen Braucht, bis ich mich für die Pumpe entschieden habe. Wann hast du dich dann für die Pumpe entschieden? 2010 war es soweit, ja. Nachdem dann bei der Akku-Check-Combo, oder das war die Akku-Check-Combo mit diesem Bedienteil. Und das Bedienteil war für mich wichtig, weil ich wollte die Pumpe nicht aus der Hosentasche rausholen. Da habe ich gesagt, was will ich denn? So mitten im Meeting so eine, nee. Und dann habe ich gesagt, geh weg. Ja, das finde ich scheiße. Und dann kam die dann und sagt, guck mal, Bluetooth. Und dann habe ich gesagt, gib her, nehme ich. Okay, okay. Ja, also bei mir war es auch die Combo damals noch die Spirit als Vorgänger und danach ist die Combo. Ich muss aber sagen, es ist noch eine tolle Pumpe. Ich trage sie heute noch. Ich bin leicht neidisch. Ja, doch, also das ist ein tolles Gerät, kann man nichts sagen. Und bis dann, nachdem du dann ins Lupen eingestiegen bist, bist du dann bei der Combo geblieben oder hast du noch andere zwischendurch gehabt? Ja, die Combo habe ich deswegen verlassen. Okay, schade. Es lag da, und jetzt muss ich sagen, es lag da einfach daran, ich hatte so keinen Bock irgendwie rumzubauen und zu machen. Und ich habe halt gesehen, mit der Dana RS und dem Dexcom, Thema erledigt, habe mir ein neues Handy gekauft deswegen. Ja, also ich habe wirklich reset, weil ich gesagt habe, nee, ich will das nicht. Okay, welchen Preis muss ich dafür bezahlen? Meine Pumpe war sowieso gerade kaputt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann steige ich um. Das war also perfektes Timing. Pumpe verreckt, dann die Dana RS, Dexcom G6, rein in den Loop. Das war auch sofort genau das Ding. Die haben dann gesagt, ja, warten Sie. Und dann haben sie gesagt, nein, ich gehe gleich in den Loop. Also ihr seht, es gibt immer wieder andere Wege, die zum Loop führen. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor für alle ein toller Weg und ich finde es klasse, dass wir das nach wie vor haben. Es kommen ja jetzt so nach und nach die kommerziellen Systeme, die man natürlich nicht schlecht reden darf, will ich auch gar nicht, um Gottes Willen. Weil ich denke, es ist einfach, wie ich immer so schön sage, jeder hat das passende System für sich. Und in der Hinsicht, hast du da irgendwas vor mit neuem System oder bleibst du bei AAPS? Also ich werde definitiv die Y-Pump testen wollen mit dem KAM-APS FX, weil A ist es jetzt ja eine App auf dem Handy. Also ich würde jetzt nie ein separates Handheld oder, ne? Ne, also da hast du ein Handy, dann hast du das und da, 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 da. Ich mag das nicht, ja, das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, geh mir nicht auf den Sack. Diabetes ist für mich dezent im Hintergrund, darf mit, ja. Wäre schön, wenn er auch mal zu Hause bleiben würde, aber meistens ist es sehr anhänglich, das Teil. Und da habe ich schon über längere Zeit mich ein bisschen mit dieser Y-Pump beschäftigt, ja. Und ich sehe die auch lustigerweise immer wieder und dann kann ich immer mehr reden mit denen. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt testen, ja. Das will ich einmal ausprobieren, um zu gucken, ist das was, ja. Weil wenn das KAM-APS, das wird natürlich never ever, never ever in die Richtung kommen, die wir jetzt haben im Android-APS, weil wir da einfach echt meilenweit voraus sind. Aber vom kommerziellen System her ist das schon vielleicht sexy. Ich kriege es raus, ja. Da werden wir dann, wenn es so weit ist, natürlich fragen, wenn es mal so ein Ja hat, dann rufe ich ihn mal an, dann mache ich mal einen Videocall oder wie auch immer. Oder ist es wieder in Nürnberg oder ich zufällig bei ihm in der Ecke, dann kommen wir dann auf jeden Fall zusammen, da frage ich ihn mal und dann frage ich ihn mal über das System komplett aus. Bitte darum. Ich mache auch wahrscheinlich einen Podcast, ja, vielleicht. Also wenn er einen Podcast dazu macht, der kommt später, verlinke ich den natürlich dann später, dann, wenn er da ist. Also das wollen wir natürlich schon alle wissen, so ist es nicht. Gut, ich glaube, das sind so die Fragen, die mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen sind. Wie sagt der Sascha immer so? Und zum Schluss bleibt natürlich beim Gast das letzte Wort. Hast du irgendeine Idee, Mantra, sonst irgendwas, wie sagt er immer so schön? Was zwischen dir und deinem Diabetes steht, ist immer die Bullshit-Story, die du dir jeden Tag erzählst. Okay, das ist auch interessant. Habe ich jetzt noch nicht gesehen und gehört, aber interessant, doch. Nehme ich jetzt einfach mal so mit. Ich muss jetzt noch eine kleine Anekdote am Schluss erzählen. Und zwar ist es so, normal sitze ich Sonntagsabends immer da und mein Abendessen koche zu Hause und höre mir seinen Podcast dann immer an, weil der sonntags immer online geht. Den Link zu seinem Podcast verlinke ich natürlich auch unten in der Infobox, damit ihr auch da mal reinhören könnt. Ich kann ihn euch nur empfehlen, weil er ist immer frisch, immer toll. Er hat echt tolle Gäste und hat tolle Ideen, muss ich fairerweise sagen. Das gefällt mir echt immer gut. Und heute habe ich eben das große Glück, dass ich ihn hier mal persönlich habe, auch an einem Sonntagabend. Und das war einfach so mein Schlusswort dazu. Willst du noch was sagen? Ich bin durch. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken, sage ich immer so schön gerne. Gehe mich natürlich gern zurück. Nein, war schön. Hat mich echt sehr gefreut. Auch dich persönlich. Das ist immer lustig. Wir sehen uns eigentlich immer nur irgendwie über die Socials. Also mich freut es ja immer genauso. Ich bin da immer auch genauso happy, wenn man da mal was anfassen kann. Genau, genau, genau. Gut, dann war es das für uns das Soweit. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Haltet euren Zucker gut im Zielbereich. Und bis nächstes Mal bei Sandes Diabetes Loop. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zucker-Junkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zucker-Junkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.